Kommen wir von zu großen Toren nun wieder zu großartig. Luis Gustavo, vielen noch bekannt aus der Bundesliga, zeigt uns, dass 2,44 Meter komplett ausreichen, um Traumtore zu erzielen. In der 75. sorgt er für diesen spektakulären Treffer aus 30 Metern für Al Nasser im Heimspiel gegen Alfea. Von Fea war der Brasilianer dann auch in der restlichen Spielzeit. Mit einem weiteren Treffer und einer Torvorlage hatte er maßgeblichen Anteil am 4 zu 0 Erfolg. Luis Gustavo jetzt also Torjäger und Spielmacher, das kennen die Bayern-Fans so bestimmt nicht von ihrer ehemaligen Samba-Sense.